Heute im Video geht es nochmal um das neuste Video von Görki, denn gestern habe ich tatsächlich eine Menge, Menge Nachrichten bekommen auf Instagram und YouTube, was denn jetzt mit dem Cholesterinspiegel da ist und ob er da nicht ein bisschen übertreibt und solche Sachen. Und deshalb wollte ich euch heute nochmal die Sache erklären, wie es mit dem Cholesterinspiegel insgesamt zu sehen ist und ganz besonders natürlich auch in Zusammenhang mit einer ketogenen Ernährung. Muss man sich hier wirklich Sorgen machen oder ist das Ganze eher unbedenklich? Wir schauen uns das Ganze nochmal genauer an. Grundsätzlich könnt ihr auch auf meinem Kanal einfach mal nach Cholesterin suchen oder sucht einfach mal nach Pugge Cholesterin. Da habe ich sehr, sehr viele Grundlagenvideos zum Thema Cholesterin schon gemacht. Dass es insgesamt eben nicht der Marker ist, der in irgendeiner Weise anzeigt, dass ihr jetzt eine Gefahr habt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn man sich eben nur das Gesamtcholesterin anguckt. Man guckt sich in der Regel eher LDL, HDL, das Verhältnis, aber eben auch Triglyceride, Langzeitblutzucker, Entzündungswerte und viele weitere Faktoren an, wie zum Beispiel Bluthochdruck und so weiter und so fort. Dann kann man sehen, ob man in irgendeiner Weise insgesamt da ein Problem hat oder nicht. Der Gesamtcholesterinspiegel oder selbst wenn wir eben jetzt LDL durch HDL einfach mal nehmen, sagt noch nicht so wirklich viel aus. Denn auch hier muss man eben einfach sagen, genauso wie bei allen anderen Werten, beim Blutzuckerwert, beim Blutdruckwert und so weiter, ist eine Messung eigentlich nicht aussagekräftig. Hier müsste man tatsächlich öfters messen und die Werte dann insgesamt einfach mal miteinander vergleichen. Man kennt es, wenn man zum Beispiel das erste Mal vielleicht zum Arzt geht und dort einen Blutdruck machen lässt, dann ist es so, dass die Leute meistens sehr aufgeregt sind und der Blutdruck eben deutlich höher ist. Deshalb machen die Ärzte schon bei der Messung, selbst wenn es die erste Messung ist, normalerweise mehrere Messungen mit ein paar Minuten Abstand, weil die Messung eben kaum was aussagt, weil der Patient dann eben entsprechend in einem stressigen Zustand ist. Genauso wie der Blutzuckerwert. Der kann natürlich, je nachdem wann ich den messe über den Tag, kann er mal höher sein, mal niedriger sein und genauso ist es beim Cholesterin eben auch. Da habe ich euch jetzt hier mal ein paar Beispiele aus verschiedenen Studien. Ich verlinke euch unten drunter noch weitergehend einen Artikel, den ich dazu geschrieben habe. Da findet ihr das nochmal detaillierter und auch die entsprechenden Studien und Untersuchungen dazu. Da sieht man einfach mal, wie stark schon alleine der Cholesterinspiegel über den Tag schwanken kann. Also das können teilweise Werte sein, die eben so stark unterschiedlich sind, dass du dann einmal irgendwie mittags gar nicht mehr in irgendeiner Range bist, die jetzt gefährlich gilt oder als gefährlich gilt und dann am Abend bist du auf einmal Gefahr, dass du morgen irgendwie tot umkippst oder was auch immer. Genauso verhält es sich bei LDL, bei Triglyceriden, bei HDL. Es ist extrem tagesformabhängig, wie die Werte sind. Und selbst am Morgen, wenn man sie nüchtern abnehmen würde, können die sehr stark schwanken. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Der größte Faktor ist zum Beispiel die Tageszeit. Selbst hier hat man 40% Unterschied und da liegt es natürlich auch immer daran, bin ich wirklich immer zur gleichen Zeit, nach gleicher Zeit, wo ich aufgewacht bin, nüchtern, morgens beim Arzt, habe ich am Tag zuvor vielleicht irgendwas anderes gemacht. Habe ich am Tag zuvor Sport getrieben, dann weiß man zum Beispiel auch, dass man eben am nächsten Tag höhere Entzündungswerte haben kann und solche Geschichten. Das heißt, eigentlich sollte man Sport vorher auch vermeiden. Habe ich vielleicht abends irgendwie deutlich mehr gegessen oder Sonstiges. Könnte auch Auswirkungen haben. Da muss man immer ein bisschen genauer hinschauen, was man da eben vielleicht gemacht hat. Also Essen, Sport, aber auch Stress. Kortisol. Wenn der Kortisonspiegel höher ist, wenn ich Stresshormone ausschütte oder sonstige Hormone, kann der Wert eben auch völlig unterschiedlich ausfallen. Bei Frauen sieht man zum Beispiel, dass im Zyklus der Wert auch völlig unterschiedlich sein kann, was darauf schließen lässt, dass eben Hormone hier auch einen Einfluss drauf haben. Und da gibt es noch viele weitere Faktoren, die man berücksichtigen kann. In den Studien unten ist noch vieles weiteres verlinkt oder vermutet, dass zum Beispiel selbst Jahreszeiten mit verschiedenen Faktoren Auswirkungen hat. Monatlich können die Werte schwanken. Hängt halt alles immer vom aktuellen Zustand des gesamten Körpers ab. Es ist aber nicht schlimm, wenn die Werte eben auch in einer bestimmten Range schwanken. Das ist völlig normal. Die können im Monat locker einfach mal 10% schwanken, die Werte. Es ist aber trotzdem noch nicht gesundheitlich bedenklich in irgendeiner Weise, wenn wir eben nur einen Wert haben und dann daraus etwas ziehen wollen. Gerade wenn alle anderen Werte, wie ich bei ihm einfach mal so vermute, wahrscheinlich in Ordnung sind. Das heißt, sein Langzeitblutzuckerwert wird völlig in Ordnung sein. Triglyceride werden wahrscheinlich auch niedrig sein. Da könnte man natürlich auf solche Werte auch noch gucken. Insgesamt muss man auch sagen, wenn man beim Thema Cholesterin noch tiefer reingehen will, müsste man rein theoretisch, wenn alles in Ordnung ist, müsste man auch noch schauen, wie ist die Partikelgröße und solche Geschichten. Kann man da noch gucken? Gibt es da noch andere weitere Parameter, die man berücksichtigen kann? Und da einfach zu sagen, Gesamtcholesterin oder nur LDL, das ist schon sehr, sehr schwierig. Und dementsprechend würde ich mir persönlich, wenn ich jetzt solche Werte vor mir hätte, gar keine Sorgen machen. Da könnte man natürlich immer noch sagen, okay, wenn ich das jetzt als bedenklich empfinde, mache ich halt irgendwie in zwei Wochen oder so nochmal einen Test oder vielleicht nächste Woche am gleichen Tag nochmal einen Test. Und wenn dann die Werte irgendwie auch mit den anderen Werten zusammen irgendwie ein Bild ergeben, was dann negativ ist, dann kann man natürlich gucken, wo habe ich vielleicht noch Nachholbedarf. Aber selbst dann, die Werte, die er jetzt hatte mit 230, 240 an Gesamtcholesterin, selbst da würde ich mir keine Sorgen machen. Denn bei einer ketogenen Ernährung ist es völlig normal. Und es muss so sein, dass die Cholesterinwerte eben höher sind, als wenn ich dann eben kein fettiges Essen esse. Er ist ja jetzt nicht bei einem Wert von 300 oder weiter drüber, was genetisch bedingt dann eben ist. Ein Wert von 230 ist eben, wenn man sich so Gesamtmortalität anguckt und solche Geschichten, ist in einer völlig normalen Range. Und es liegt einfach daran, dass die Werte bei Ketogen höher sind, weil der Körper einfach auf 100% Fett läuft und dementsprechend alle Transporter eben für die Fettverbrennung benötigt. Das Fett kann über das Blut nicht einfach so transportiert werden, weil es eben nicht wasserdöslich ist. Und dementsprechend muss das Fett, was wir dann eben essen, was wir eben verbrennen, muss entsprechend in diese Transporter, in die LDL-Transporter gepackt werden. Und deshalb kann der Wert natürlich höher sein. Das ist also völlig normal und völlig logisch. Man kann das eben so vergleichen wie, ich sag mal, eine Stadt, die eben vielleicht nur viele oder tausend reiche Leute hat und die fahren natürlich alle einzeln mit ihrem Auto in die Stadt, ein paar fahren vielleicht mit einem Bus und so weiter. Das heißt, die Straßen sind voll mit Autos, also das wäre jetzt Blutzucker hier und nur so ein paar Busse. Wenn ich jetzt aber eine Stadt habe, wo nur Studenten sind, dann fahren die vielleicht alle mit dem Bus. Und dann habe ich natürlich die Stadt voll mit Bussen und nicht mehr mit Autos. Und so ungefähr kann man sich das eben vorstellen, weil irgendwie muss der ganze Fett, ja, oder das ganze Fett natürlich auch transportiert werden. Und wenn man jetzt eben ketogen 100% auf Fett läuft, dann hat man ja nur diese Transporter. Und deshalb würde ich mir da keine Sorgen machen, wenn die anderen Werte, wie gesagt Triglyceride zum Beispiel oder auch die Partikelgröße, die man dann hat, wenn die dann eben völlig in Ordnung sind. Macht natürlich nicht jeder Arzt, das jetzt so detailliert zu machen. Aber wenn andere Werte in Ordnung sind, Blutdruck beispielsweise, Langzeitblutzuckerspiegel, Triglyceride, sollte man sich da eher weniger Sorgen machen. Da gibt es dann die Faktoren für ein metabolisches Syndrom, die man sich dann anschauen kann. Und da ist der Gesamtcholesterinspiegel jetzt auch nicht interessant. Interessanterweise ist es auch so, dass wenn stark übergewichtige Menschen oder übergewichtige Menschen, wenn die abnehmen, dass die generell natürlich schon mal grundsätzlich einen hohen Cholesterinspiegel, auch hohen LDL, Triglyceridspiegel, Blutzuckerspiegel, niedrige HDL haben, dass die zum Beispiel deutlich bessere Werte dann bekommt. Das heißt, Triglyceride sinken, LDL sinkt tatsächlich auch bei übergewichtigen Menschen auf ein Level, wo es dann eben normal ist. Das heißt, wo eben alle Studenten quasi mit den Bussen ordentlich in die Stadt kommen. Da ist nichts überflüssig oder Sonstiges. Und das Fett wird dann auch verbrannt. Das wird nirgendwo eingelagert, sondern es ist alles völlig in Ordnung, alles völlig normal. Wenn ich es natürlich in irgendeiner Weise völlig übertreiben würde, würde ich jetzt jeden Tag 5000 Kalorien an Butter runter schlucken oder ähnliches. Klar, dann kann natürlich auch Fett eingelagert werden. Dann kann natürlich auch irgendwas passieren. Aber da würde ich mir trotzdem bei den Werten überhaupt gar keine Sorgen machen. Es ist wahrscheinlich eher so, dass er eben dann auch eine Ausrede sucht, dass er das Ganze eben nicht mehr machen muss. Was verständlich ist, wenn er dann psychologisch einfach nicht klarkommt, sich entsprechend so einzuschränken und auch noch Angst hat, dass er immer noch irgendwie Darmprobleme bekommt, dann ist es klar, dass er einfach sagen kann, okay, ich habe keine Lust mehr auf diese Ernährungsform. Ich ernähre mich halt wieder so wie vorher. Völlig in Ordnung. Kann man auch nichts gegen sagen. Man kann auch nicht jedem irgendwie was aufzwingen an Ernährungsformen. Das ist völlig in Ordnung. Aber die panische Angst, die jetzt natürlich dann auch bei den Zuschauern in irgendeiner Weise so rüberkommt, das ist natürlich jetzt nicht richtig angebracht hier. Das muss man nicht machen. Das ist einfach wissenschaftlich oder medizinisch gesehen Unsinn. Und dementsprechend wollte ich darüber einfach nochmal so ein bisschen aufklären. Grundsätzlich wäre es einfach schön gewesen, wenn er einfach mal versucht hätte, auch mit seinen Darmproblemen mal zu schauen, was passiert denn, wenn ich jetzt wirklich leicht verdauerliche Sachen wie zum Beispiel Eier konsumiere. Habe ich überhaupt noch diese Darmprobleme? Es kann natürlich was anderes sein, wenn ich mir eine Pizza da morgens reinhaue oder so. Klar, dann ist das vielleicht nicht so geil. Aber wenn ich bestimmte Nahrungsmittel morgens esse, könnte das vielleicht sogar für Darmprobleme gut sein. Weil es gibt eben auch ketogene Ernährung, die klinisch in Studien eingesetzt wird bei entzündlichen Darmerkrankungen, bei Darmkrebs und so weiter. Und da hat es eben auch keine Probleme verursacht. Dementsprechend muss man einfach mal ein bisschen schauen, dass es hier wahrscheinlich eher ein psychologisches Problem ist, dass man eben sich nicht so einschränken möchte, dass man doch irgendwie Pizza essen möchte oder so. Aber dann muss man eben trotzdem ein bisschen vorsichtig sein, dass man dann nicht, ich sag mal, überschwänglich wird und das Ganze eben so als Ausrede hinstellt und Panik dann eben selber bekommt. Weil er sagt ja auch, er bricht das ab. Also die eine Woche länger, die hätte es jetzt auch nicht gemacht im Endeffekt. Er hatte jetzt Angst, dass er irgendwie in der nächsten Woche dann Herzinfarkt bekommt oder was auch immer. Und da muss man einfach sagen, das ist natürlich völliger Quatsch. Das weiß jeder. Und gerade wenn man eben Sport treibt und grundsätzlich, wie er eben gesund aussieht, sollte man sich darüber wenig Gedanken machen. Also ich kenne zumindest irgendwie keinen Sportler in irgendeiner Weise, der mit so einem geringen Körperfetterteil und einer gesunden Ernährung einfach Herzinfarkt bekommt oder sonstige Probleme. Wenn ihr da Leute kennt, dann gerne her damit. Aber dass das jetzt auf einmal Diabetiker werden, Herzinfarktleute werden, das ist ehrlich gesagt sehr, sehr unwahrscheinlich. Also von daher schauen wir einfach auch mal auf weitere Studien. Schaut mal rein bei mir bei den Ketogen-Videos. Da gibt es Studien mit Kindern, die machen eine ketogene Ernährung, die machen sogar 90% Fett. Die hauen sich richtig was rein, weil sie müssen, Epilepsie und solche Sachen, auch Erwachsene, die machen das über 10, 20, 30 Jahre, ihr Leben lang. Und trotzdem bekommen sie trotzdem, dass sie eben vielleicht Cholesterinwerte von 240, 250 haben, bekommen sie keine Herzinfarkte, sterben morgen oder sonstiges. Also von daher muss man einfach sagen, ketogene Ernährung ist eben insgesamt sicher. In Einzelfällen kann das natürlich unterschiedlich immer ausfallen, aber macht euch da keine Sorgen. Und ansonsten schreibt gerne eure Cholesterinwerte unten rein und schreibt gerne rein, was ihr sonst noch wissen wollt. Bis zum nächsten Video, Daumen hoch, schaut euch den Artikel noch an und bis dann.